Durchsuche seltene Truhen. Also ich würde euch empfehlen bei Rumble Ruins hinzugehen. Eliminiert hier den Kartengeber. Ihr könnt natürlich auch bei den anderen Kartengebern hingehen. Aber hier bei Rumble Ruins habt ihr im Tresor direkt drei seltenen Truhen. Also sobald ihr den Kartengeber eliminiert habt, sammelt hier die Tresor-Schlüsselkarte ein. Geht dann zum Tresorraum hin. Beim Geschützturm braucht ihr nur eine Mauer hin platzieren, dann schießt er euch nicht mehr an. Ich blende euch hier mal eine Karte ein mit den ganzen Tresoren. Jetzt müsst ihr nur noch in den Tresorraum reingehen und hier die drei seltenen Truhen öffnen und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.